Leute, heute mal mit einem etwas kürzeren GTA 6 Leaks Video und zwar kennt jeder GTA Spieler wahrscheinlich in und auswendig das Fahndungslevel. 1 Stern, 2 Sterne, 3, 4 und 5 Sterne maximal. Die 5 Sterne erreichen wir tatsächlich doch relativ selten und wenn wir die erreichen, knallt es natürlich richtig heftig. Und laut Leaks soll es tatsächlich so sein, dass wir in GTA 6 einen sechsten Stern hinzubekommen sollen. Genauer wird geschrieben, es wird gemunkelt, dass ein GTA 6 ein sechster Stern hinzugefügt wird, der militärische Verfolgungsjagd mit Panzern, Hubschraubern, Jets und so weiter bietet. Sobald das erreicht ist, sollen die von ihrer Hauptbasis wohl losfahren, losfliegen und so weiter und so fort und es soll natürlich eine Weile dauern, bis die an Ort und Stelle sind. Weil das ist allgemein etwas, das soll auch mit der Polizei in Zukunft so sein, dass sobald du 1, 2, 3 Sterne erreichst und so weiter und so fort, dann ist das in den vergangenen GTA-Teilen immer so gewesen. Die waren dann sofort da, die sind sofort um die Ecke gefahren, als wäre das Polizeipräsidium direkt neben dem Tatort, sage ich jetzt mal. Und so soll es so sein, dass auch die Polizei nicht gleich sofort da ist, ein bisschen braucht. Aber dementsprechend ist die Polizei natürlich auch ein Stück weit intelligenter, braucht ein bisschen, aber die gehen dir dann richtig hart auf den Sack. Und wenn wir dann wirklich noch einen sechsten Stern hinzubekommen, bei dem dann Militäreinsatz folgt, wird es richtig heftig. In den vergangenen Teilen war im 5. oder ab dem 5. Fahndungslevel glaube ich auch Militär mit am Start hier und da. Ob das immer so war, kann ich mich tatsächlich nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Das ist dann doch schon eine Weile her, als ich das letzte Mal GTA 5 gespielt habe. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Im nächsten Video gibt es bestimmt wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Das war es soweit von mir. Erstmal mit GTA 6 stuff. Und ich freue mich, wenn ihr am Start bleibt, meinen Kanal abonniert, wenn ihr weiterhin Bock auf GTA 6 stuff habt. Also bis zum nächsten Ort rein. Ciao.